Wir haben hier noch ein paar verschiedene Gurken für euch mitgebracht. Und zwar haben wir einmal die Zitronengurke, die Netzgurke. Wir haben hier eine wilde Gurke oder eine Vierländer Schlangengurke oder Vierländer Minigurke. Und das hier ist so das kleine Highlight. Das findet man heutzutage sehr selten. Das sind so die wilden Gurken. Und die haben halt einen sehr festen Biss, eignen sich super zum Einlegen oder einfach so frisch als Salat. Super lecker, aber wie gesagt sehr schwer zu kriegen. Nun servieren wir euch den Hamburger Pannfisch mit Schmorgurken. Ich hoffe es war nach eurem Geschmack und wir würden uns freuen, euch zu einem Kochkurs in der Pfleet-Kochschule begrüßen zu dürfen.